Herzlich Willkommen zurück meine Freunde zu Super Mario World. Ja, ich hatte eben einen Anruf erhalten und das heißt, dass ich etwas abholen konnte. Jetzt werde ich euch mal eben den Top Secret Area zeigen, wo man eben Inventar fahren konnte. Das weiß ich auch schon. Ja, ich konnte gerade was abholen und das Bonusspiel, was noch wahrscheinlich in der Szene drin war, habe ich eben Offscreen gemacht, aber leider nichts gewonnen. Tja, und dann habe ich gerade noch einen schockierenden Post auf Twitter gelesen, von Let's Play Markus, dass es sich wohl anhört, dass es das Ende der Nintendo Let's Player bedeuten könnte. So genau bin ich auch noch nicht schlau geworden. Das ist offenbar Nintendo Japan irgendwas damit zu tun haben soll. Also ich kann das leider nur gegen die Zahlen, die auch Twitter nutzen und Discord. Da habe ich mal das alles retweetet und gepostet. So genau konnte ich das auch nicht erklären. Ich werde aber natürlich auch keine Falschheiten hier über meinen Kanal bringen. Donutplanes 3. Ja, also tut mir leid, dass der zweite Part von diesem Projekt hier doch relativ kurz gehalten war. Deswegen werde ich versuchen, das auch irgendwie auszugleichen, dass ich wieder so einen 20 Minuten Part eventuell mache. Wobei die Länge eines Videos überhaupt keine Rolle spielt. Nein, tut mir leid. Das war ein Mega-Fail, weil ich mich nicht konzentrieren konnte und nur Dünnschiss labern. So. Aber es ist mir eigentlich auch relativ wurscht, wie lange die Videos sind. Hauptsache es gibt Zuschauer, die meine Videos oder von anderen YouTuber gerne anschauen. Ach komm, ich habe eh kein Glück. Sag mal, wieso pappt das denn heute wieder so rum? Es gibt doch keinen Sinn. So und ich bin auch gerade nebenbei am Essen, weil ich nämlich den ganzen Morgen noch nichts gegessen habe. Hier war ein Gang, das weiß ich. So, da kommt diese bescheuerten Hammerbrüder. und ich bin sicher. So, ja. Ja, das lief doch nicht schlecht. Gut, Checkpoint. Und da ist ein Washi. Da haben wir dich ja schon wieder. Ach ne, das war an einem anderen Level gewesen. Nein, nicht schon wieder. Nein, das nehme ich nicht mit. Nein, das nehme ich nicht mit. Genau, knochentrocken. Ach ja, jetzt tun wir das ewige Gewarte mit den Plattformen. Ich bin mir sicher, dass da noch was war. Und natürlich trifft mich dieses Scheißteil. Bleiben wir lieber unten. Die knochentrocken kann man auf jeden Fall nicht mit den Feuerbällen abschießen. Die kriegt man auch noch mit der Krebsfeder kaputt. Ja. Ganz verdammt. Nein. Tschüss. Das beste davon kommt sowieso noch. Ich glaube erst bei dem vierten Turm, glaube ich. Und wenn ich hier mit heute fertig werde, überlege ich mir, dass ich noch ein paar Runden Brawl mache. Eventuell. Eventuell. So, hier hat mein Freund ein Leben gefunden. Wo war das jetzt? Genau, hier. Ja. Also das war ja wohl wirklich schlecht jetzt. Und das auch. Sä Fragestデul Fest. Ich hab ja auch noch was. In dercultural. Hallo. Allerdings. O. Hör ja. O. Fisch. Wie. 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 So. Und jetzt schnell rutsch. So, der Loch kann weg. Ah, hallo Furtborkkerl. Jetzt schauen wir da so ein unterirdisches Wasserlevel. Da haben wir auch ein bisschen gehangen. Mal gucken, ob ich das diesmal besser hinkriege. Ne, ich glaube hier war die Feder genau. Oh. Du schaffst. So, jetzt kommt dieser beknackte Schalterpalast. Ne, ne, ne. So. Nein. Oh, nur sowas. Nicht schon wieder. Ne, 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 ne. Denn eben zu der Bereich da schon gestorben. So. Jetzt geh ich erstmal kurz da rein. Dann hätt ich das Level auch schon hinter mich. Das Leben nehme ich auch nochmal mit. Und das auch. Oh. Oh. Feierblumen. Hm. Da. 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 Jetzt. Ja. Da. 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 Dann hole ich mir sofort... Du kannst dich verzehen! So, jetzt mache ich erstmal das hier fertig. Denn ich wollte ja versuchen, mit den Levits abzuwechseln. Normalerweise mache ich die ja alle erst auf einen Schlag fertig, bevor ich das nächste mache. Aber ich mache das nur, damit ihr euch nicht so langweilt. Na, putt, 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 putt! Putt, 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 putt! Du kannst dich auch verziehen, ja! Hier können wir noch ein bisschen Leben formen. Und hier war nämlich sogar noch eine Secret-Röhre. Und hier war nämlich sogar noch eine Secret-Röhre. Und zwar hier. Aber irgendwie bringt das nichts Besonderes ein. Gut, dann können wir das... Boah! Dann können wir das Level auch schon verlassen! Das war jetzt aber knapp! So, ich denke, so ein Level mache ich jetzt noch. Und dann beende ich mal die Aufnahme. Aufnahme! Ah ja, das war das! Was? Hier war nämlich was! Was? Nein! Genau, hier! Ich mache nur noch eine Münze! Ich mache nur noch eine Münze! Ah ja! Ja! Diese Bälle hier! Und draußen war übrigens auch wieder Sonnen und Wetter am Start! Ich habe ja noch ein bisschen was! Es ist doch jetzt noch irgendwie! Na gut! Ich beende mal eben die Aufnahme! Bis gleich.